Ja, tja, keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden, Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen will. Wir müssen klug vorgehen. Wir können das doch regeln, oder? Ich sehe dir gern zu. Ich sehe dir gern zu. Was ist das? Oh, Scheiße! Schnell und leise, Cowboy. Hey! Take those, come on! Hey, protectors! No! 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 Schönen! 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 UNTERTITELUNG Woa! Jetzt hab ich dich da so! Das war's. Die Ruhe. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Vereinen wir uns. Zurück! Zurück! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt noch mal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Schau! Hier lang! Wir haben ihn gleich! Joel! Hier lang! Joel! Hier lang! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu! Lass mich einfach rausreden, okay? Boah! Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft! Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Wie? Keine Ahnung. Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft es nicht, Tess. Und ob es so läuft. Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ja, Sir. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Wir wollen hier? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Ich weiß einen Ausweg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Joel, hilf mir doch mal. Hey, hättest du das noch durch? Das geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Wir müssen uns nicht mehr so durch die Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Wir haben alles verbarst. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Hey, das war das. Lass uns, bleib. Was ist das? 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 Was? 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 Hey! Was? 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 Was ist das? Was? 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 Und du?